Willkommen zurück bei Planet Zoo. Wir holen uns jetzt mal den Pappkarton ins Gehege rein, damit die Schimpansen was haben. Spielzeug, genau. Ein Pappkarton. Machen wir ein paar Sachen rein, so. Genau. Dann war da noch irgendwas. Was war das noch? Genau, Kuriositätenball haben wir noch hier. Einen. Guck mal. Was ist das? Hä? Hallo, du sollst es da oben rein machen. Guck mal, was soll ich da oben hin? Hä? Oha, guck mal. Hä? Der hat jetzt den Ball geschmissen, oder nicht? Was macht der jetzt? Der ist doch nicht, der ist gekugelt, oder nicht? Achso, ein Keyboard noch. Genau, genau, genau. Ein Keyboard brauchen wir noch. Da ist jetzt mal ein Keyboard hin. Und hier auch mal. Genau, so war das Keyboard. Die guckt sich den Ball an. Jetzt spielt er gleich. Highway to Hill. Macht er was? Komm, drück mal. Drück hin. Jetzt. Oh mein Gott. Ja, und applaudiert noch, ne? Komm, ich will Spenden dafür haben. Hallo? Will Spenden. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. Was war das andere nochmal? Jetzt haben wir das auch mal gesehen. Also das haben wir. Einrichtung mit starken, negativen Dingsbums. Was ist los? Ja, pff. Um diese Einrichtung. Null Prozent. Und. Achso, soll ich jetzt da einen Baum hin machen, oder was? Hä? Okay. Machen wir mal den Baum hin. Drei Prozent. Verringert ein negativer Bereich. Achso, weil es wieder zu dicht dran ist, ne? Oder was? Warte mal. Bewegen. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Warte mal. Das ist weg. Jetzt besser vielleicht? Besser bewegen. Das machen wir hier. Hm. Ja, das passt schon mal hier. Oh, der kommt schon. Der kommt schon. Ich glaube, ich muss hier mehr Zeug machen, ne? Negativer Bereich. Vielleicht mehr Bäume. Kopieren. Trinkt das was, wenn ich das umkreise hier. Ich habe keine Ahnung. Ja. Es geht. Vielleicht hier am Weg noch ein bisschen was. Ach, das passt schon. So. So, ich wollte doch hier gucken. Ich brauche Zoopädia nochmal. Wo ist der Affe? Wo ist der? Uhu. Wo ist denn der Affe? Tierpfleger zuweisen. Aber die kommen doch da oben gar nicht hin, oder? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Futter. Winkelausrichtung. Das ist doch hier ein Futterdruck, oder nicht? Futterplattform. Wie kommen die da hin? Muss man da was hinbauen, oder was? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Kletterflächen. Ach so. Hier, warte mal. Kletterplattform. Kletterast. Da muss man hier irgendwas hinbauen. Ah, eine Rampe vielleicht. Kleintier-Kletter-Rampe. Kletterbaum. Kletterbrücke. Kletterbrücke. Nein. Für große Tiere. Ach so, das ist für Bären und so ein Zeug. Ja gut. Ja, das brauchen wir nicht. Eine Rampe. Nee. Zwei Meter. Ein Meter, sechs Meter. Muss man das vielleicht da hoch machen? Oh, ist schon viel zu hoch. Sechs Meter. Geht auch ein bisschen länger. Nee. Da kann man eins hin tun. Ich glaube, das eine müssen wir mal ein bisschen runter machen hier. Ein bisschen runter. Tja. So. So. Ja, genau so. Okay. So, wie ist es jetzt? Mach hier mal ein paar Kletterteile rein. Genau. Damit wir mal ein bisschen klettern können. Ist das schon so armselig hier? Lemuren klettern. Da ist auch noch was hier. Können wir auch da hinstellen. So. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich möchte halt, dass da oben auch mal Essen ist. Nett am Boden da. Warte mal, eine Rampe? Kann man jetzt eine Rampe hin tun? Okay. Oh Gott. Hm. Das sind noch Heizkörper. Nee, das brauchen wir nicht. Und, klettert schon einer? Guck mal, der schläft. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der riecht die Augen zu. Der atmet. Ey, das ist wie echt, ey. Das ist wie echt. Der sonnt sich da. Ich werde verrückt. Da ist der andere. Und da ist der da. Können wir mal gucken, was der tut. Dann gehen wir beide, oder was? Was macht der jetzt? Kann der sich von da oben? Oh nee. Das sind Früchte. Uh, was? Jetzt ist das schon wieder Essen da unten. Warum? Hä? Ich check's nicht. Warum? Wieso machen die es nicht da oben hin? Hä? Das ist doch extra eine Plattform. Eine Essensplattform. Futterplattform. Baum. Drei Meter kann nicht erreicht werden. Hä? Ja, wie macht man das da hoch? Ja, das ist jetzt die große Frage. Wie kommen die da hoch? Wie kommen sie da hoch? Wie macht man das? Baupläne? Nein. Nee. Muss doch hier sein. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Wollen wir das wüssten? Oh wei, oh wei, oh wei. Rampel. Doch die Rampe, oder was? Drehung. Aber die Rampe reicht aber nicht. Vier mal zwei Meter. Zwei Meter, vier Meter. Hä? Tschicke nicht. Warum kann man da keine Leiter hinstellen? Das verstehe ich nicht. Ob hier irgendwelche Filter drin? Nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Ticket zu günstig? Ja, dann machen wir es halt teurer. Machen wir 30. Und... Ach, äh, 20. So. Okay. Futterstationen kann von Tierpflegern nicht erreicht werden. Ja, schön. Wie mach ich das denn? Erweitertes Bewegen. Winkelausrichtung. Wie kommt ihr da hoch? Einen Weg machen, oder was? Nee. Quatsch. Gelände? Hä? Der Natur auch nicht. Das muss doch hier sein. Das gibt's doch nicht. So, Futterstellen. So. Aber wie kommt man da hin? Wie kommen sie da hoch? Ich verstehe es aber nicht. Eine Rampe bringt ja nix. Wenn ich das so mache. Vielleicht runtersetzen. Mach mal hier runter. Das mach mal weg hier. Wenn ich jetzt die Rampe hinmache. Was dann? Das reicht immer noch nicht. Immer noch ein bisschen runter. Huch. So. Jetzt vielleicht? Oh, jetzt könnte es passen. So. Wie ist es jetzt? 4x2 Meter. Ne, warte mal. Wir machen das andrehen. Sieht ein bisschen komisch aus. Ah, noch ein bisschen. Weiter rein. Das ist jetzt richtig? Oh, es regnet. Drehung. So. So. Können sie jetzt hoch? Hallo? Ich glaube, die kommen da immer noch nicht hoch, ne? Kopieren, erweitern. Ne, das geht alles nicht. Hm. Ich glaube, das mit der Rampe und mit den Futter-Dingern da oben, muss ich erstmal zurechtkommen und gucken, was da passiert. Weil ich habe keine Ahnung, was das da wird. Okay. Dann bis zum nächsten Mal hier bei Planet Zoo. Tschüss. Tschüss.